Das starke Geschlecht gerät er durchaus mal auf ihre Wege. Der weltgewandte Mann gibt sich in heiklen Situationen wie dieser allerdings keine Blöße und übersieht, dass die Gefahr auch von einer ganz anderen Seite kommen kann. Auf der nächste bleibt souverän und erinnert sich sogar an eine elementare Regel der Kleiderordnung. Unser Hose mit Socken geht gar nicht. Bei anderen wiederum greifen angeborene Fluchtreflexe. Wieder im Kommen übrigens gewagtere Feinrettmodelle mit Eingriff. Man muss sie nur zu tragen wissen. Bitte präsentiert von uns in einem neuen Super-Top-Model aus Russland. Auch Spitzen sind wieder Spitze. So eine gute Hochschau des Möbeles geht ab mit unseren neuen Sternen am Modell. Bitte in einer Lücken-Reaktion der britischen Star-Termin von die Höhe. In diesem Fall hat sich zumindest die Unterwäsche nicht in der Umkleide geirrt. Bitte auf dem Platz liegt ein exklusives Modell des italienischen Star-Desiders, die Folk-Producto. Hallo, ist das nicht wunderhübsch? Genieß den Anblick doch mal. Ja, wie heißt du? Andi. Wie? Andi. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß? Vielen Dank.